ja horizon präsentiert okay das konnte ich jetzt nicht lesen weil die scherpenwürfe so gemeldet haben er schwappt immer auf den counter es gibt es ja bei horizon nicht es geht einfach los das entsprung doch kann 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 Boah! Oh, da sind Hühner! Was machen die hier auf der Strecke? Oh nein 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 nein! Ah, ging noch gar zu gut von mir! Entschuldigung! Ah, Wiedersprung! Und wir sind im Ziel! Ja, warum müsste mein Adapter kommen? DB9 auf diesen R9 Stecker von Trustmaster. Ist auch ein richtiger R9, ist es ja nicht. Also TSR9 heißt es, glaube ich. Ja, und dann kann ich mit meinem schönen Pedalset, was ich ja schon lange lange habe, wieder arbeiten. Ich muss nur noch eine Handbremse zulegen. Weil auch hier merke ich, da umzugreifen mit dem Daumen, das ist schon ziemlich kacke. Weil normalerweise schalte ich ja mit den Bippen. Und ja, und die Handschaltung von, also mein Vorgänger Lenkrad war ja das G27, wer es noch nicht wusste. Es hat jetzt nach sechs Jahren, ja, sechs Jahren kannst du sagen, fast sieben den Geist aufgegeben. Zwar nicht komplett, aber irgendwie geht das Feedback nur noch zur Hälfte. Also an den Servos liegt es nicht. Das habe ich schon geprüft. Auch dieser, ja, Kranz, was an dem Servo da dran ist, wo ausgelesen wird und welche Stellung das ist, das habe ich auch geprüft. Der ist auch, ja, noch wie neu. Dass er auch viel kaputt geht angeblich, also sowas ich gelesen habe. Also ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwo ein Kondensator oder sowas die UVO auch gemacht hat. Aber das durchzumessen, das, ja, das dauert. Und da ist der Operator höher und deswegen habe ich mir das T300 geholt. Mit dem Adapter, aber der Adapter ist leider noch nicht da. Viele schreiben auch, ja, mit dem Adapter und eigene DB9-Anschlüsse gibt es ja jede Menge Pedalsitz. Die sind weitaus, naja, was heißt weitaus günstiger, aber von der Qualität her, ja, für den gleichen Preis, was du bei Trasmaster kriegst, kriegst du da mehr fürs Geld. Ja, und insgesamt vom Lenkrad, da bin ich echt überzeugt. Also vom Feedback, man merkt halt schon, dass es G27 in die Jahre gekommen ist. Okay, nichtsdestotrotz, wir machen hier weiter. Sieger! Genau, aber dann müsst ihr es sich einfacher fahren lassen, weil dann habe ich Gas, Bremse, Kupplung. Alles wie gewohnt, da kann man auch mal ein bisschen Kupplung schnappen lassen. Gerade, wenn man trifft rein, kommt wohl, oder... Ja, halt Handbremse, ne? Wie gesagt, die kostet von Trasmaster. Okay, die gute Nachricht ist, du hast es in die Herbstsaison von Horizon geschafft. Herbstsaison? Die wichtig ist natürlich, dass es erst im Herbst losgeht. Du bleibst doch bestimmt gern bis zum Herbst, oder? Na, mal sehen. Bleiben wir bis zum Herbst. Ja, die von Trasmaster, ne? Du hast deine Hilfe vorhin. Treffen wir uns hier, damit ich mich revanchieren kann. Ja. Also nochmal die von Trasmaster, habe ich dem bereits schon gesagt, ne, ne? Die kostet es ungefähr... Also müsste ich jetzt lügen, ich glaube 150 Euro waren es. Ist ja nur eine Handbremse, dann musst du dir mal vorstellen. Das ist nur ein, ne, wo du so nach hinten ziehst, ne? Halt eine Handbremse, wie sie halt so ist, ne? Ja. Da könnte man hier am Schild vorbeifahren, aber, na gut. Zum Kaufen, Besuch. Äh, hallo? Können wir da eigentlich auch hinjumpen oder so? Ne, ne? Oh, hätte ja sein können, dass wir da hinjumpen können. Ich meine nichts gegen das Pedalset von Trasmaster, das ist auch... Ich sag jetzt mal schnieke. Aber, so wie ich zumindest fahre, kippt mir das immer zur Seite so komisch weg. Also, wenn ich Gas drücke... Ich mag immer noch viel Druck aufs Gaspedal aus. Auch, dass ich schon durchs Parkett durch drücke, quasi. Und dann kippt das so zur Seite weg. Das ist, äh, ziemlich lästig. Und die Bremse vor allem, die ist ja noch ein bisschen härter. Also ist ja auch richtig so, dass man das Gefühl hat, die ist ein bisschen härter. Ähm, da ist es so, dass halt das ganze Pedalset nach hinten wegkippt. Also... Mal abgesehen von den Problemen, dass es natürlich scheint. Also es rutscht ja auch weg. Und das muss ich immer mit meinem Fuß, so stark wie es geht mit dem linken, festhalten, dass das nirgendwo hinflupst. Ich hab mir dahinter schon so einen Karton hingelegt, einen Handeln oben drauf. Ich danke nochmal an Robin für den Tipp mit dem Handeln. Ich hab auch welche rumliegen. Ähm... Ja, aber das ist natürlich nur eine Notlösung. Und wie gesagt, morgen, oder die Tage, ich hoffe, dass er morgen kommt. Dann kann ich meinen Pedalset vom G27 weiterverwenden. Mit dem ich jahrelang gefahren bin und da hat man sich echt schon dran gewöhnt. Und ihr habt da ja auch Watt-Pedale drauf und... Ja... Es ist halt was anderes, ne? Watt-Pedale könnt ihr übrigens auch über... Wo hab ich die meine her? Ich glaub, meine hab ich von Amazon mal her gehabt. Die Watt-Pedale. Und die kannst du halt so ein bisschen versetzen. Und dann liegen die ein bisschen weiter auseinander oder weiter zusammen. Das kann man alles machen, also... Die normalen haben ja zwei Schrauben. Die machst du einfach ab und... Und die Watt-Pedale, die haben... Sechs Löcher insgesamt. Also du hast drei Stellungen. Mitte, leicht rechts versetzt, leicht links versetzt. Und das ist halt okay, ne? Ja, das haben wir schon gemacht. Okay, wir müssen weiter. Ach, das Ding wollte ich mal noch umstellen. Warte mal. Wir wollten noch... Oh, ich drück... So, pass mal auf. Wir wollten noch. Schwierigkeit. Ähm... Simulation. Das muss man unbedingt mal testen. Okay. Reaktiert auf jeden Fall empfindlicher. Bisschen mehr à la Forsa 7 Motorsport. Boah, boah, boah. Er ist noch aggressiver auf der Straße jetzt. Das finde ich gut. Im Rennen kann das natürlich auch zum Nachteil sein, ne? Wenn du gerade wenn die anderen mit fahren oder so, dann ist das natürlich für uns nachteilig. Du hast dein Ziel erreicht. Die Hupe. Okay. Das wirst du nicht glauben. Die Filmproduzenten haben dieses Haus als Filmset gekauft. Aber sie sind mit dem Dreh fertig. Also steht es leer. Ich habe nachgefragt. Und weißt du was? Sie sagten, wir könnten das Haus als Dankeschön für deine Arbeit am Film haben. Ja, das ist doch mal was. Frosch im Hals. So. Ja, das ist doch mal was. Großartig zum erkunden. Äh, ne Drohne? Okay. Kaufen. Null Credits. Ja! Gibt es hier eigentlich irgendwo in der Umgebung auch so einen Dreh, wo ich mit meinem GTI teilnehmen könnte? Und dann so ein Hauskrieg mal für 0 Euro? Großartig. Tja, da dies ein Geschenk der Filmfirma ist, hier sind die Schlüssel. Willkommen zu Hause und die Gables. Hm. Was denn? Forsa Motorsport 7 T-Shirt. Jawoll. Das ist ja cool. Jacken. Oh, Jacken. Alter. Okay, mir zieht das meine Jacke an. So, Beine. Weil mir natürlich auch was hell ist. Muss ja irgendwie miteinander passen. Hm. Äh. Ja, das ist zu sehr grau, ne? Nummer die. Füße. Hm. Okay, Kopfgedeckung. Nee. Bulle? Nö. Nase. Schnurrbart, genau. Wir haben Schnurrbärte als Frau. Outfit. Lalalala. Willst du mich verarschen? Wir rennen jetzt Kuckel rum. Kannst du tanzen? Zeig uns vor dem Rennen deine besten Moves und zeig uns die allerbesten Moves, wenn du gewonnen hast. Vertrau mir, das wird großartig. großartig. Je bo. Das Screen. Dan. Jakeet out. Chicet out. Bam. 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 Jo. Angeber. Und als Sieg. Ja... Ja, yeah, yeah Fussermatter 7 Alles klar, nehmen wir alles mit Beziehungsweise Kennen wir den nicht als Motor Sport 7 Ja, den kennen wir Genau die gleiche Lackierung Nummern schildern Hier kannst du nochmal die Nummern schildern Huben, Favoriten Okay, soll man hier irgendwas machen, nö Komm mal endlich wieder raus Ach, voll frei gescheitert Hochmut, komm vor den Fall Qualifiziere dich für den Hm, Herbst Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat Du bist schon fast für die nächste Runde Der Dirt-Renn-Serie qualifiziert Komm nach Zahnhaus Du wirst dich wundern, wie anders es im Herbst aussieht Tornhaus, Grip Rennen Hallo Rookie Dein Radio kann jetzt noch mehr Sender empfangen Wenn du auf Drum'n'Bass stehst Dann hör doch bei Hospital Records rein Und falls du etwas Feingeistiges suchst Versorg dich Timeless FM mit klassischer Musik Rechts abbiegen In 400 Metern links abbiegen Boah Boah Links abbiegen Ja, das ist nicht schon sonst eine Doppelt durchgezogene Linie Okay Ein Vorpark, neuer Autos Alles klar So So, hier gehen wir zurück auf Normal Macht auf jeden Fall Bock Mit Simulationen, aber Ich glaube echt, wir haben da einen tierischen Nachteil Weil das Video auf Ich weiß nicht, ob du die Crew kennst Wenn du die Crew kennst Oder die Crew 2 Da kannst du auch auf Simulationen stellen Und das ist in Kurven auf jeden Fall ein Nachteil Aber eine Beschleunigung Vorteil Also es Da gleicht es sich ziemlich gut wieder aus Außer du hast halt so Kurse, wo ständig Kurven sind Die Crew Vielen Dank. Ich hab echt da versucht, wie du es geschafft hast. Also bei Deco zum Beispiel Bergmanns oder Deco 2. Simulation lässt du das Auto besser steuern, weil er ja natürlich realistisch erlenkt. Aber der Nachteil ist, du hast halt kein Grott mehr in den Kurven. Also er bricht echt immer wieder aus. Und genauso ist das jetzt auch hier. Also ich sollte dir vielleicht sagen, dass der Matsch da draußen nach all dem Regen in letzter Zeit echt rutschig sein wird. Dieselbe Strecke, komplett anderes fahren. Okay, wir sollen also erhöhen. Ja komm, wir machen das einfach mal. Wir erhöhen die einfach mal. Ah, ich, den starte immer nicht hin. Guck mal, wir haben aber nur Turbo. Wir haben nur 5 Turbo, Junge. Also den haben wir hinter uns gelassen. Da vorne ist der Lancia. Erstmal kommen wir von Fort. Dann kommt ein Lancia. Was haben wir dann? Also vorne ist auf jeden Fall jetzt der Lancia. Was ist das hier? Asubahu, der Alte. Der lecker Miu. Boah. Gehen aber jetzt ganz schön ab. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber es kann auch sein von der Leistung, dass die höhere Leistungswerte haben wie wir. Hier. Hier. Im Kaiser vor uns, glaube ich. Boah. Also wenn du ihn mal frei hast vor dir, ne? Dann, dann ist okay. Dann kommt irgendwie nicht mehr nach. Aber wenn du ihn in den Verkehr steckst. bisschen hätte.» «Dee! Bist sammeln! Boah Der war echt knapp Ne 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 Da würde mich mal interessieren, gerade der Multiplayer. Also ich bin mir sicher, dass ein normal Cobra, also alias Robin Hood, mit dem ich auch oft das mal rennspiele, zank, Ballerspiele, Zombiespiele usw. Da findet ihr genug, bei mir auf dem Kanal. Seht den auch, wenn ihr auf dem Kanal geht, rechts steht auch Robin Hood. Da könnt ihr den auch anwählen. Er hat auch noch andere Sachen aktuell drin wie Halo 5 fast glaube? Halo? Ja, ist ja egal. Jedenfalls auch andere Sachen spielt ihr auch. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken und da guck mal Platz 7 zum Beispiel. Nico, der hat auch Forza Horizon 4 jetzt. Wie hat sich das auch geholt? Ja, aber guck mal, die anderen sind ja alle höher. Wir haben 4. Ja, wohl. Die sind ein bisschen niedriger, okay. Ja. Ja, jedenfalls würde mich das mal interessieren. Wenn man Kopf an Kopf rennen fährt. Und man das dann auch sieht, wenn man so quasi wie hier im Single Trail durchsteht. Das ist ja gar nicht fährt. Ja! Oh, du kannst in Runde 2 der Dirt Renn Serie wiederkommen. Auf jeden Fall. Ich war gerade an Wurzeln. Egal, ob du die Strecke schon gefahren bist oder nicht, die Fans sehen dir gern zu. So erlangst du Aufmerksamkeit und hast bessere Chancen, dich für die nächste Runde zu qualifizieren. Du kannst nur gewinnen. Hallo Rookie. Darf ich? Willkommen zur Herbstsaison von Horizon. Mein Team und ich suchen den einflussreichsten Newcomer, der am nächsten Schaurennen teilnehmen kann. Hast du das Zeug dazu? Beweis es mir. Beck hat mir erzählt, du bist in Runde 2 der Straßenrennserie. Und Joel meinte jemand namens Mike Steele sucht dich wegen einer Stuntsache. Wo wir gerade von Stunts sprechen, Jay will unsere nächsten Stunthelden ausfindig machen. Und Alex sagt, er ist bereit für Runde 2 der Dirtrennen. Aber er freut sich auch darauf, mit der Querfeld 1 Serie loszulegen. Also, worauf wartest du noch? Ja, worauf soll ich noch warten? Ich warte, bis ihr endlich mal aufhört. Ja, jedenfalls, wenn man im Multiplayer zu zweit, also so Kopf an Kopf über die Ziellinie fährt, ob man dann das auch sieht, so wie im Singleplayer, wenn man über die Ziellinie fährt, das Auto so wie die Ziellinie... Okay, also, ne? Soweit verstanden, was ich wollte? Okay. Ja, und wenn man da zu zweit drüber fährt, wie man das dann auch sieht, ne? Oh, 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 oh. Ich spiele das für andere Einstellungen in der App auf. Nein, ich möchte das nicht erlauben. Obwohl, dann können wir mit den Arten labern. Wenn wir Multiplayer spielen, aber meistens wenn wir Multiplayer spielen, benutzen wir eh Team-Speak. Und dann gibt es bloß blöde Rückkopplungen. Also machen wir nein. So. Was ist das überhaupt? Querfeldeinserie, okay. Haben wir hier unten noch irgendwas nicht. Da sind Blitzerli. Einflusstafel. Schnellreisetafel, ach cool. Hallo Rookie. Nur zur Info. Die Automesse ist jetzt eröffnet. Komm vorbei und schau dir alles an. Oder ich schick dir den Katalog nach Hause, wenn dir das lieber ist. Hm. Ach, der markiert immer. Wollt eigentlich nicht markieren. Ja, ist egal. Das hier eigentlich. Achso, was ist für ein anderer Spieler? Hier können wir auf jeden Fall hin zur Schnellreise. Hier unten auch wahrscheinlich. Ja. Brauchen wir aber nicht. Das kostet alles so viel Kohle. So, was haben wir hier? Ein Fanrennen. Es ist jetzt noch mal nichts mehr hier unten, oder was? Blitzer, bla bla bla. Okay. Querfeld ein. Okay, dann fahren wir da mal hoch. Gucken wir uns das einfach mal an. Hoch. ... ... ... Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Cool. Ich hab nichts gemacht. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Automeisterungen freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Vorteilen und Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Ähm. Okay, das ist neu. Also vor der Horizon 3 war es so, dass das für alles zählt. Also nicht fürs Auto, sondern für alles. Jetzt haben sie es aufs Auto gelegt. Okay. Egal wohin du fährst, erhalte sofort 2.000 V-Park-Einfluss. Hm. Ich glaub, da sparen wir die Punkte und warten auf einen Wagen, der uns ja noch ein bisschen mehr zusagt. Weil das ist ja eigentlich ein Rallye-Auto, wir jetzt haben. Das ist zumindest ein Rallye-Aufbau. Und ich mag lieber die Straßenwagen. Bin ich mir eher auf Empfang. Also genauso wie Robin auch. So, wir heizen mal hin. In 400 Metern links abbiegen. Yeah. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Oh, da kommt ein Trecker. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Da fährt schon Spaß, aber ich hab echt keine Lust, die Punkte da ranzustecken. Und dann enttäuscht zu werden später. Einatmer. Hmm. Some Eggs. Oh. 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 wichtig. Card Cay. Du hast dein Ziel erreicht Gucken wir, ob wir das schaffen von der Zeit her Eigentlich nicht Aber wir können es trotzdem fahren Pass auf, wir fahren es trotzdem Du kannst jedes Rennen im Koop- oder PvP-Modus fahren Mit Fahrern, die du aus deiner Sitzung einlädst Ich habe gerade mit Alex Trecker telefoniert Der Typ, der die Dirt-Renn-Serie organisiert Ja, genau der Und der Zwei der Dirt-Renn-Serie Kriegen ein anderes Spiel an? Okay Hallo Rookie Sehen wir uns mal die Horizon-Blaupausen an Damit habe ich unseren alten Festival-Boss in Australien rumspielen lassen Aber der ist nicht hier Und so muss ich schauen, ob es ein frisches Blaupausen-Talent gibt Hm, was heißt das jetzt? Mit Blaupausen legst du den Ort, die Art und die Geschwindigkeit fest Jetzt erstmal zu den Autos Jede Blaupause braucht ein Autothema Diese werden von den Technikern bei der Automesse kuratiert Um für einen interessanten Wettbewerb zu sorgen Wenn dir etwas nicht gefällt, kannst du sogar etwas Eigenes erstellen Ja, wir haben ja Rallye, ne? Jetzt legst du die Autoklasse fest Langsam, schnell, kleine oder große Motoren Oder du baust auf grenzenlose Freiheit und lässt sie offen Boah, was haben wir denn jetzt? Wir haben S1, alles klar, S1 Noch ein letzter Touch Dann geben wir deiner Blaupause einen Namen und veröffentlichen sie Seeufer-Sprint Nun brauchen wir einen Namen Für die Aufzeichnung Und natürlich muss er cool klingen Hm Muss cool klingen Du bist eine Pfeife, ganz ehrlich Was hast du hier Vorschläge? Terwenzsee, Ufer Und Pass mal auf, kann man Nee, kann man nicht Sie Ungeheuer So Und Reicht das so? Seeufer-Sprint Ist alles final? Sobald du fertig bist, können wir zum Testen übergehen Glückwunsch zu deiner ersten Blaupausenveranstaltung Und die Ehre, die Strecke als erster zu befahren, geht an Dich Zeig allen, wie es geht Okay Dann gehen wir doch mal los Dann mal los Samurai war Sprint Boah Der Hund Ja, da müssen wir bald mal was machen am Tuning Ja, ich hab hier echt zu tun, an denen dran zu bleiben Er Buch Dich 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 Das ist doch Audi. Ja klar, brenn sie sich nur aus. So, weißt du was jetzt lustig ist? Wir sind jetzt wieder vorne und hängen die gleich wieder ab. Pass mal auf, na so natürlich nicht. Ja, stop! Check it out, check it out. Oh, befördert Strassermann 3. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir herausfinden wollen, wer der beste Straßenrennfahrer hier bei Horizon ist. Also qualifizieren sich die schnellsten nach jeder Runde. Der Rest wird eliminiert. Willkommen in Runde 3. Ich erklär dir mal wie es läuft. Wir sind nicht Teil des Festivals, also haben wir unsere eigenen Regeln. Die besten Fahrer kommen weiter, der Rest fliegt. So läuft das in der Horizon-Straßenszene. Tja, also irgendwelche Einwände? So, eigentlich müssten wir uns nur ein neues Auto holen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich vergesse doch mal die Ansagen zu machen. Ich habe jetzt schon ein paar Schnitte zwischendrin gemacht, das habt ihr ja schon festgestellt. Jetzt haben wir mal überzogen. Muss auch mal sein. Ja, und ich, wie gesagt, ich nehme mit OBS auf. Da haben viele Probleme. Es geht trotzdem. Erst einmal Grafikkartentreiber neu installieren auf jeden Fall. Den neuesten, den ihr kriegen könnt. Ich habe von Nvidia die Beta drauf. Aber ja, ok. Jeden des seines. Schlapp mit dem an. Den neuesten normalen geht es auch. So. Ja, das seht ihr ja. Funktioniert erst rein. So. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ist das denn hier? Dein Bruch. Ok. Also. Bis zur nächsten Folge. Ciao.